Bro, komm, lass jetzt zocken. Na, Bruder, Chili, schreib noch mit paar Mädchen, so Chaios und so, du weißt schon. Bruder, wieso machst du sowas? Bruder, ich bin ein Playboy und ein Herzensbrecher, du weißt schon. Äh, mein Sohn? Ja, Mama. Wer ist dieser Junge da? Das ist mein Freund, der heißt Furkan. Furkan? Pardon, mein Name ist Firken, Firken Müller. Ich bin der Kumpel ihres Sohnes und bin heute nur zu Gast hier, ne? Wow, der Junge hat echt Benehmen. Ja, natürlich, Benehmen steht bei mir an erster Stelle. Das ist bei meiner Familie klipp und klar, ne? Oh, okay, dann steh ich nicht weiter. Mein Sohn nimmt dir ein Beispiel an ihm. Oder wieso bist du so anders von meiner Mutter? Oder wenn wir schon über deine Mutter reden, ist die heiße Schnecke eigentlich Single?